Funktionen von Sinus, Cosinus und Tangens. Ja, ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, das was Sinus und Cosinus und Tangens mit so einem Winkel anstellen, ist nichts anderes wie eine Funktion, also eine Zuordnung. Durch den Sinus wird einem Winkel ein gewisser Wert zugeordnet. Das heißt, wenn man die Formel genauer hernimmt, man kann jede Strecke oder jeden zwei Strecken in einem rechtwinkligen Dreieck einen bestimmten Winkel zuordnen, eben über Sinus, Cosinus und Tangens. Was wir über den Sinus wissen, ist, dass er im ersten und zweiten Quadranten positiv ist. Das heißt, für 0 bis 180 Grad erhalte ich positive Werte und von 180 bis 360 Grad erhalte ich negative Werte. Wir schauen uns das Ganze an, was das in der Funktion bedeutet. Bei einer Funktion ist es ja immer so, dass wir eine Zuordnung haben, nämlich von 0 bis 360 Grad dieses Mal und nach oben ist das Sinus dargestellt. Und warum natürlich hier 1 und minus 1 steht, sollte den meisten schon klar sein, denn die Werte von einem Sinus Alpha bewegen sich immer zwischen 1 und minus 1. Das haben wir schon festgestellt am Einheitskreis. Ja, am Einheitskreis, den haben wir hier wieder eingezeichnet, da ist das Rote, das Sinus. Und wenn ich jetzt mal diesen Punkt P bewege, merke ich, was passiert. Je näher ich an die 90 Grad komme, desto näher komme ich auch an die 1. Wenn ich bei den 90 Grad bin, dann bin ich oben genau beim Y-Wert 1, also Sinus von 90 Grad ist genau 1. Wenn ich weitergehe, bleibe ich positiv, aber es geht dann Richtung 0. Und wenn ich bei 180 Grad bin, dann wird dem Sinus von 180 Grad der Wert 0 zugeordnet. Und dementsprechend, wie ich das auch schon weiß, wenn ich weiter nach unten gehe, geht das Ganze Richtung minus 1. Ja, und ab diesem Zeitpunkt geht es wieder nach oben, bleibt aber noch im negativen Bereich. So, und wenn ich das Ganze wieder zurück mache, erhalte ich den Funktionsgrafen oder das Bild von meinem Sinus Alpha. Das ist nämlich eine Säunewellenbewegung. Das heißt, von 0 fange ich an, dann gehe ich bei 90 Grad, geht es hier hoch, bei 180 Grad wieder runter und dann geht es im negativen Bereich. Das habe ich hier nochmal kurz dargestellt. Das ist so eine genannte Sinusfunktion. Und die Werte liegen im Bereich von minus 1 bis 1, sehen wir ja. Hier ist minus 1 das Minimum und hier ist plus 1 das Maximum. Und wir haben eine Wiederholung nach 360 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder anfangen täten mit 361 Grad, was ja faktisch wieder 1 Grad ist, dann geht diese Kurve genauso weiter. Das heißt, es macht dann wieder diesen Bogen. In die andere Richtung natürlich genauso, nur rückwärts. Also würde das jetzt hier nach unten gehen. Also wenn ich minus 45 Grad habe oder minus 90 Grad habe, dann würde das wieder bei minus 1 laufen. So kann man also den Sinus darstellen. Ja, dementsprechend kann ich natürlich das auch mit dem Kosinus machen. Da weiß ich ja, im ersten und vierten Quadranten war der positiv. Also, schaue ich mir die Kosinusfunktion an. In dem Fall ist es der blaue Wert, das wissen wir ja noch. Das ist diesmal der x-Wert in diesem rechtwinkligen Dreieck beim Einheitskreis. Und wenn ich jetzt hier wieder meine Spur aufnehme, sehe ich schon, bei der 0 dieses Mal, also bei 0 Grad, ist der Wert direkt 1. Und je weiter ich nach oben gehe, desto kleiner wird natürlich auch der x-Wert. Und bei 90 Grad bin ich exakt bei 0. Weiter geht es. Ich komme in einen negativen Bereich. Bei 180 Grad bin ich bei minus 1. Ist auch klar, da geht der Wert nach drüben, nach links. Also ist er negativ. Dann geht es wieder runter. Beim 270 Grad muss ich wieder bei 0 sein. Und bei 360 Grad bin ich dann wieder bei 1. Und das Ganze, wenn man schön aufzeichnet, erhält man eben die Kosinusfunktion. Ja, auch die habe ich euch mitgebracht. Da läuft das Ganze fast genauso. Es ist eine ähnliche Wellenbewegung, nur eben versetzt. Das heißt, die fängt bei der 1 an und ist bei 90 Grad dann bei der 0. Das heißt, im Endeffekt fängt die Kosinusfunktion da an, wo der Sinus bei 90 Grad ist. Aber ansonsten ist es dasselbe Verlauf. Wertemenge ist auch wieder von minus 1 bis 1. Und die Wiederholung ist wieder nach 360 Grad. Das heißt, hier oben geht es wieder vorne los. Also wie als wäre hier 1 Grad. Ist ja auch klar, alle 360 Grad kommt das Ganze ja von vorn. Also 380 Grad ist ja auch das gleiche wie 20 Grad zeichnerisch zumindest. Und deswegen muss das natürlich auch hier dieselben Werte oder die ähnlichen Werte haben. Gut, dann kommen wir noch zum Tangens. Wir wissen, der 1. und 3. Quadrant ist hier das Wichtige. Da wo das Ganze positiv ist und der 2. und 4. Quadrant ist es negativ. Wenn ich hier das Funktionsbild anschaue, klar, ich habe noch blau und rot vom Sinus und vom Kosinus drin. Aber hier geht es ja um die Steigung. Bei der 0 Grad, sehen wir, ist es auch hier 0. Moment, ich muss die Spur noch kurz aufzeichnen, damit man das auch sieht. Also hier bei 0 ist die Steigung auch 0. Dann geht es nach oben, wird immer größer, wird immer größer. Und bei einem bestimmten Wert hört es dann auf. Also man sieht, es geht steil ins Unendliche nach oben. Man sieht das bei meiner Grafik hier gar nicht mehr. Bei 90 Grad, seht ihr, was passiert? Da hört der grüne Balken auf, also die Steigung hört auf. Ja, das wissen wir auch noch. Beim Tangens gibt es nämlich in dem Fall keinen Wert. Und dann kommt er wieder von unten. Ihr seht schon, da kommt er angesaust. Dann geht er wieder Richtung 0, denn die Steigung bei 180 Grad ist 0. Geht wieder hier durch und saust dann wieder hier nach oben. Dann bei 270 Grad kommt er wieder. Bei 270 Grad selber gibt es nichts. Kommt er wieder von oben. Und da geht es dann auch weiter. Also das ist auch ein Funktionsgraf, nur bewegt sich der eben nicht zwischen 1 und minus 1, sondern er geht hier so steil nach oben. Und hier macht er eine Kurve daher und geht dann wieder hier nach oben weiter. Sowas werden wir uns später auch nochmal anschauen, wie man solche Funktionen nennt. Das ist auf jeden Fall der Tangens. Da können wir jetzt nichts von Wertebereichen sagen, weil das ja bis ins Plusunendliche und hier ins Minusunendliche geht. Wir können nur sagen, welche Werte nicht erlaubt sind. 90 Grad, 270 Grad, der nächste ist dann 450 Grad, also alle 180 Grad. Und dann natürlich auch im Negativen, minus 90 Grad. Die Wiederholung ist hier beim Tangens alle an 180 Grad. Sieht man auch hier, da geht es wieder hoch und 180 Grad später geht es wieder hoch. Und dementsprechend sind alle 180 Grad auch Lücken dabei. Das heißt, Werte, wo gar nichts rauskommt, wo etwas nicht definiert ist. Ja, das war's. So schauen also die Schaubilder aus von einem Sinus, Cosinus und von einer Tangensfunktion. Wer das Ganze zeichnen möchte, ich habe immer jeweils 90 Grad 2 Zentimeter gemacht. Das heißt, 6 Zentimeter, was sage ich denn, 8 Zentimeter das Ganze lang, nach 2 Zentimeter 90 Grad und so weiter. Dann lässt sich das Ganze auch recht leicht einsetzen. Okay, das war's zu Sinus, Cosinus und Tangensfunktion.